Wir mussten so lange warten. Doch nun ist es soweit. Das ist Plants vs Zombies Battle for Neighborville. Don't hold me in a dream. And I think to myself. What a wonderful world. Riesiger Social Hub getrennt für die Pflanzen und Zombies. Und einem gemeinsamen Freizeitpark zum Entdecken. 20 komplett neu desserente Charaktere, davon 6 ist brandneu. Neues Upgrade System mit ungeahnten Möglichkeiten. 3 Open World Areale mit jeweils eigener Kampagne, mit Story, Bosskämpfen, Nebenmissionen und vielen, vielen mehr. Gewohnte und neue Multiplayer-Modi auf wunderschönen Maps. Kommando Modus. Minispiele. Unglaubliche Anpassungen. Anpassbare Grafsteine und Emotes. Und das alles ab heute. What a wonderful world. What a wonderful world. What a worryнь. Was für ein selbst. Mein Kleiner ist mir die Kundalad in einem matk��at, mit kilometern. Musikычke.